Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo und ihr seht richtig, Livestream! Ja Leute, dank Panzerkralle hab ich alles eingestellt bekommen, was eingestellt werden musste. Es wird mein erster Livestream werden, den ich selber sogar mache, also sag ich ganz ehrlich, ich hab noch keine Ahnung davon. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch nicht abschreckt und ihr Bock habt, euren Drake dabei zu begleiten. Denn ich dachte mir, bevor ich eine Woche weg bin und damit fast anderthalb Wochen keine Videos mehr vor euch machen kann oder sogar zwei, wäre doch ein kleiner Livestream ganz nett und ich hab beschlossen, Super Mario Maker mit euch zu spielen, während ich dann am Stream bin. Ja, der Stream wird von 15 bis 19 Uhr ungefähr gehen, vielleicht auch 19.30, mal gucken. Aber auf jeden Fall, um 15 Uhr am Sonntag wird es losgehen und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Ja, also haltet eure Level bereicht, ihr braucht sie mir nicht posten, weil ich werde sie eh nur live annehmen, weil nur wer da ist, wird auch drangenommen. Also Leute, danke für eure Aufmerksamkeit, ich hoffe, ihr habt Bock dabei zu sein und ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag um 15 Uhr live auf meinem YouTube-Kanal. Also, ciao, ciao, euer Drake.